Yo, was geht ab Leute? Euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Wir schauen uns hier in diesem Video auf jeden Fall den Fall Guys Shop an und das auf der Playstation und auf dem PC, denn auf beiden Plattformen soll ein anderer bzw. unterschiedlicher Skin rauskommen. Und es würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lassen würdet, Freunde. Auch wenn ihr Bock drauf habt, natürlich gerne ein Abo. Und wenn ihr irgendwelche V-Bucks, äh V-Bucks sag ich schon, wenn ihr irgendwelche Play-Sie-Karten oder sonst was braucht oder Playstation Plus, checkt meinen Partner Pigu Keys ab. Link unten in der Videobeschreibung wäre auf jeden Fall korrekt. Kuss geht da an euch raus. Jetzt würde ich sagen, Freunde, wir warten auf die Aktualisierung und schauen uns das Ganze mal an. Let's go. Und? Hallo? Mann, Freunde, diese Aktualisierungen, ohne Witz, die dauern so lang hier bei diesem Spiel. Ich verstehe das nicht. Ich muss da immer kurz raus rein oder es komplett laden lassen. Also, ah, okay, okay, Freunde, es ist da. Ich, ich, ich nehme es zurück, okay? Okay, also, was haben wir hier am Start? Also, das ganz obere haben alle Leute auf der Playstation. Gleich schauen wir uns nochmal die PC-Version an, also keine Sorge. Äh, rosige Wangen, 3000 V-Bucks, äh, Kudos, Mann, ich habe immer V-Bucks im Kopf. Kudos oder wie die heißen. Dann, äh, Frosty für drei Kronen. Und nochmal untere Frosty-Teile für drei Kronen. Also, das sieht sehr interessant und sehr komisch aus, ehrlich gesagt. Dann habe ich hier unten noch ein paar Sachen, die zeige ich euch trotzdem. Vielleicht kennt ihr die ein oder anderen Sachen nicht. T-Shirt ist am Start. Diese komischen Punkte, die finde ich jetzt nicht so. T-Shirt ist, by the way, mega drip. Dann haben wir das, ist auch nicht so besonderes. Sieht halt viel zu klassisch aus. Die Dose, Dose sieht auch richtig nice aus. Das ist Regenbogenwasser, gibt unterschiedliche Dosen. Dann haben wir das hier, sieht auch mega, mega cool aus. Da freue ich mich drauf, wenn ich das auf meinem Hauptaccount auf dem PC bekomme. Und dann haben wir nochmal prächtig. Drei Kronen ist schon eine Ansage, Digga. Muss man halt gucken, ne? Ich glaube, dass es zu viel ist, auf jeden Fall. Switchen wir jetzt mal rüber zum PC und schauen uns dort das an. Und dann erkläre ich euch auch, warum wir unterschiedliche Sachen erhalten haben. So Leute, wir sind gerade hier auf dem PC. Und ihr seht, ich bin gerade Level 31 schon. Also, fass mir den Battle Pass demnächst durch. Bin unten nochmal am Grinden. Und dann würde ich sagen, dass wir uns jetzt hier den Shop anschauen. Und meine Freunde, hier im Shop, wie ich schon sagte, haben wir etwas anderes am Start. Hier haben wir aber ebenso die rosigen Wangen. Dann haben wir hier den Kundschafter und Kundschafterhose. Warum ist das Ganze drin und was genau ist das? Freunde, dieses Outfit ist aus Team Fortress Nummer 2. Und die einen oder anderen kennen es vielleicht. Da gibt es auch ja sehr viele Memes. Und da es irgendwie so eine PC-Partnerschaft ist und das Ganze nicht auf der PS4 existiert, haben sie das Ganze nur für den PC rausgehauen. Ich sage es euch, wie es ist, Freunde. Ich werde mir das auf jeden Fall zulegen. Ich finde, der sieht mega cool aus. Ich hoffe so sehr, dass ich bis dahin diese 10 Kronen zusammengrinden kann. Bleibt halt natürlich wieder drei Tage drin. Was haben wir hier unten? Hier unten kann ich euch die Sachen natürlich auch gerne zeigen, falls ihr da Bock drauf habt. Weil wie gesagt, es kommen immer wieder andere Sachen rein. Muskulös 5 Kronen ist schon ein bisschen viel für den M-Mode, finde ich. Deswegen werde ich mir den nicht zulegen. Sternenbilder, zwei Kronen. Naja, muss nicht sein. Dann haben wir die Punkte. Die werde ich mir trotzdem holen, weil ich will jetzt nichts verpassen, was mit Kudos ist. Unten im Shop, so wisst ihr, wie ich meine. Ich will lieber alles halt mitnehmen. Und später ärgert man sich, dass man die eventuell nicht gekauft hat. Weil man weiß nie, wie selten die sein werden oder wann die reinkommen und so weiter und so fort. Nur irgendwie komischerweise kann ich hier die Sachen nicht kaufen, weil das Spiel laggt, weil es halt gerade neu aktualisiert hat. Aber naja, ist nicht so schlimm. Ich würde dann eigentlich im Großen und Ganzen sagen, dass es soweit mit dem Shop-Video gewesen sein sollte hier bezüglich Fall Guys. Eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ihr seht auf jeden Fall hier nochmal, das ist die Playstation-Version. Und ja, also Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und schreibt eure Meinung zum Shop unten in die Kommentare. Ich bin raus, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, get in the middle flow, euer Fraps und ciao.